Können wir losgehen? Wir gehen gleich los. Wir können zum Bus, was ich ausgeliehen habe. Dann mal los. Schön, dass ihr mich besucht. Wollt ihr was trinken? Sehr gerne. Ist nicht das der Bus vom Kindergarten? Das stimmt. Ich habe ihn ja ausgeliehen. Wann fahren wir jetzt denn los zum Flughafen? Jetzt bitte einsteigen. Ich freue mich. Ich mich auch. Und was macht ihr so? Das wissen wir noch nicht. Die anderen fliegen heute in die Karibik. Okay. Wow, so groß. Wir müssen zum Flieger. Erst müssen wir unsere Koffer abgeben. Und jetzt? Jetzt gehen wir zum Flieger. Wir haben bestimmt eine schöne Zeit in der Karibik. Bestimmt. Wir müssen noch Sachen was machen. Wir gehen wieder. Okay. Tschüss, bis bald. Tschüss. Wo sind denn unsere Koffer? Die sind schon im Flugzeug. Wann geht es denn rein in den Flieger? Gleich geht es rein. Wir dürfen rein. Ja, endlich. Auf in die Karibik. Schön war es bei Nicole im Café. Das stimmt. Und morgen? Mal schauen, was wir morgen machen. Wir gehen hoch. Kommt, lasst unsere Koffer holen. Was machen wir eigentlich morgen? Hm, keine Ahnung, was wir morgen machen. Also, ich bin gespannt. Ich auch. Da ist das Kofferband. Und unsere Sachen? Lasst uns unsere Sachen holen. Und jetzt auf ins Ferienhaus. Aber ich finde es hier irgendwie komisch. Ich bin gespannt, was wir hier erleben. Und Ihre Sachen. Vielen Dank. Vielen Dank.